Hallo, mein Name ist Nadine Kretz. Ich bin Autorin und Beziehungsmanagerin. Ich verhelfe zu glücklichen Beziehungen. Ich sitze jetzt hier ein bisschen im Licht, ein bisschen im Schatten. Natürlich ist das für eine Aufnahme normalerweise gar nicht so angebracht, aber ich finde thematisch passt es gerade sehr gut. Ich möchte nämlich über ein Thema sprechen, was heutzutage immer noch sehr unterm Teppich gekehrt wird oder dass vielen gar nicht klar ist. Es geht um Gewalt von Männern gegen Frauen, die alltägliche Gewalt gegen Frauen, wie sie ständig auch passiert und immer noch. Und ich finde es wirklich erschreckend und wahrscheinlich gibt es keine einzige Frau, die ich kenne, die nicht schon eine übergriffige oder gewalttätige Sache erlebt hat gegen sich. Viele Männer schreien jetzt vielleicht, ja, Feminismus, Emanzipation, aber vielleicht sind auch diese Frauen gerade so, weil sie sehr viel Gewalt erlebt haben. Es fängt ja schon alleine mit YouTube an. Wenn ich mir diese Videos anschaue, auch andere Videos von Kollegen, und da ist es sogar egal, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist, also die Art der Kommentare und der Hass, der regelrecht darunter verbreitet wird, ist fast ausschließlich von Männern. Das finde ich schon sehr erschreckend. Und ja, warum ist das so? Warum haben viele Männer so viel Hass und Gewaltpotenzial und werden übergriffig? Auch immer noch. Wir haben Glück hier in diesem Land zu leben, wo die Rechte der Frau auch etwas wert sind, aber es ist noch lange nicht so, dass alles friedlich und harmonisch ist, wie es sein sollte und erst recht nicht respektvoll und wertschätzend. Auch ich habe sehr viele Dinge erlebt, die mehr als übergriffig waren. Ich habe es in Beziehungen und Partnerschaften erlebt, von verbaler bis auch physischer Gewalt. Und nein, auch ich habe nie irgendwelche Anzeigen oder Sonstiges erstattet, weil man in dem Moment ist man auch einfach schockiert und irgendwie, man ist so mit sich beschäftigt, in der Situation und ratlos und hilflos, dass man erst mal gar nicht weiß, wie man, was man überhaupt machen soll. Also diese Idee, auch eine Anzeige zu erstatten, die kommt einem überhaupt auch gar nicht. Ich habe auch erst viele Jahre später erst darüber auch mal überhaupt mit jemandem darüber gesprochen, als ich es dann auch aufgearbeitet und verarbeitet hatte. Und dann kam die Frage auch auf, na, hast du diesen Mann denn angezeigt? Und tatsächlich, nach all diesen Jahren, mit dieser Frage ist es zum ersten Mal überhaupt bei mir aufgetaucht, dass das eine Möglichkeit gewesen wäre. Und so machen das viele Frauen nicht, weil die Situation in dem Moment schlimm genug ist, dass man erst mal schauen muss, wie man da überhaupt rauskommt. Ich habe auch zum Beispiel in meinem Buch über eine Situation geschrieben. Ich bin immer sehr viel verreist und habe dann auch sehr viele Situationen erlebt und auch sehr viele Gefahrensituationen. Es gab in London zum Beispiel auch ein Hotel. Auch da habe ich danach gar nichts unternommen, was ich nicht befürworten würde. Denn wenn auch andere Frauen alleine in dieses Hotel reisen, könnten ihr ebenfalls diese Dinge passieren. Es kommt ein Auto, deswegen stoppe ich bei Kostas. In diesem Hotel ist Folgendes passiert. Es war ein sehr kunstvoll eingerichtetes Hotel, dass ich mir auch andere Zimmer anschauen wollte. Und man hat es mir angeboten von einem Mitarbeiter, der dort arbeitete. Und er hat mir also das Zimmer gezeigt und hat dann hinter mir oder hinter uns sofort abgeschlossen und hat versucht, mich zu küssen. Zum Glück ist meine Reaktion keine typische Opferhaltungsreaktion, sondern ich kann da wirklich auch nur jeder Frau empfehlen, dann klar zu äußern und laut zu äußern, was man möchte. Nämlich, dass man sofort möchte, dass jetzt in meinem Fall die Tür aufgeschlossen wird und dass ich raus möchte. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich finde es genauso wichtig, eben auch Kurse zu machen für Selbstverteidigungskurse, um sich einfach sicherer zu fühlen. Und solche Übergriffe, die passieren nicht nur da. Es sind jetzt zwei Situationen, aber die passieren alltäglich. Ich habe einen Artikel, gut aus der Bild-Zeitung. Da muss man jetzt schauen, inwieweit diese Berichte wahr sind oder nicht. Aber darum geht es nicht, weil so, ob die nun wahr sind oder nicht, es sind solche Dinge passieren immer wieder und sind alltäglich. Aber ich habe auch mal an der Bahnstation gesessen und dieser Mann hat mich verfolgt. Er war aufdringlich. Er hat mich nicht angefasst, aber er war aufdringlich. Und zum Glück hatte ein junger Mann, Zivilcourage, der dann irgendwann neben mir saß. Und dieser andere Mann hat mich weiterhin angestarrt. Und ganz eindringlich. Es war wirklich sehr, sehr unangenehm, dass ich ihn dann gefragt habe, was er denn jetzt wolle und was das soll oder ob er ein Problem hätte. Und an dieser Stelle, falls du dich erinnerst, ich weiß natürlich nicht, wer du warst, möchte ich mich recht herzlich an jeden bedanken und auch an diesen jungen Mann von damals, der eben den Mut dann auch hatte. Der hat die Situation sofort begriffen und hat gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt und hat dann auch diesen Mann gefragt, ja, stimmt irgendetwas nicht? Und so hatte er mir direkt Unterstützung gegeben, was mir sehr geholfen hat. Also an dieser Stelle würde ich gerne aufrufen, zu jedem, der so etwas auch mitbekommt, wirklich da auch mit einzugreifen. Und ja, ich hatte hier zum Beispiel eine Situation, ich bin Mitte 20 und sitze in der U-Bahn, als ein Mann immer näher an mich heranrückt. Entschuldigung, sage ich, aber bitte rücken Sie nicht so dicht auf. Links von Ihnen ist noch viel Platz. Der explodiert, er brüllt mich an. Du Fotze, schockiert und Hilfe suchend, schaue ich mich um. Der Mann ist körperlich viel kräftiger als ich. Doch die anderen Fahrgäste schauen aus dem Fenster oder in die Luft. Ich habe keine Hilfe zu erwarten. Bei der nächsten Station steige ich aus. Es gab diesen Mann, der im Garten meiner Eltern öfter Obst gelesen hat. Eines Tages sagte er, ich solle mitkommen. Er wolle mir etwas schenken, für das viele schöne Obst meiner Eltern. Ich ging mit. Er sagte, er habe das Geschenk in seinem Schlafzimmer. Ich folgte ihm. Er holte eine kleine goldene Uhr aus seiner Nachttischschublade. Sagte, sie sei von seiner Frau. Sie sei gestorben und er einsam. Er wolle sie mir anlegen, streifte mich dabei an Stellen, an denen ich den alten Mann nicht spüren wollte. Ich rannte aus dem Zimmer, rief, ich könne das Geschenk nicht annehmen. Ich war zwölf und habe das nie jemandem erzählt. Und so passiert es ständig. Ich, aus meiner eigenen Erfahrung, habe unzählige Beispiele, wo das ständig passiert, wo man das versucht. Früher mehr als heute, zum Glück, denn je selbstbewusster eben auch die Frauen werden, desto verurteilender ist das für Männer, die diese Frauen als Emanzen und Feministinnen beschuldigen und verhassen, weil vielleicht da auch diese eigenen Übergrifflichkeiten nicht mehr so leicht möglich sind. Ich möchte jeden dazu auffordern, mehr Respekt, anderen gegenüber zu haben, mit Frauen, Männern, wirklich jedem und wertschätzender. Und diese Flecken, so wie ich das jetzt hier mit dem Licht habe, wir haben diese Flecken, diese Schatten, die haben wir alle. Wir haben Dinge erlebt, die nicht schön waren. Wir haben Dinge erlebt, die uns verletzt haben. Und ich möchte und ich würde mir wünschen, dass wir diese Schatten ins Licht verwandeln, miteinander respektvoller umgehen und uns gegenseitig dabei unterstützen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne ein Like und abonniere meinen Kanal. Und denk dran, alle Beziehungen beginnen bei dir.